Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Matthias von TV5 und heute geht es mal nicht um ein Produkt, sondern heute geht es quasi um die Wahrheit der vermeintlichen Abschaffung von Kabelfernsehen oder eigentlich auch, wie es richtigerweise heißen müsste, die Abschaffung vom Nebenkostenprivileg. In der letzten Zeit erreichen uns viele verunsicherte Menschen und fragen uns, warum wird das Kabelfernsehen jetzt Mitte diesen Jahres abgeschafft und mein Vermieter hat gesagt, er hat da was gekündigt und ich kann da gar nicht mehr Fernsehen gucken und an der Tür versuchen dann andere irgendwie irgendwas zu verkaufen und sie wissen nicht mehr weiter. Und weil wir da immer dieselben Fragen gestellt bekommen und wir uns gedacht haben, naja, das betrifft ja recht viele, wollen wir hier ein für allem mal so ein bisschen klären, worum geht es, was passiert denn da eigentlich? Und da wir jetzt mit niemandem verheiratet sind, also ich werde nicht von der Telekom bezahlt, ich werde auch nicht von Vodafone bezahlt oder von Roku TV oder von Waipoo oder wie sie alle heißen, sondern wir sind quasi ein unabhängiger Fachhändler und deswegen wollen wir objektiv einmal zusammenfassen, worum es da geht und was man so machen kann. Deswegen habe ich auch meinen Computer mit dabei, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe, dass nichts verloren geht oder ich nichts vergesse. Wir haben auch unten in der Videobeschreibung für euch ein paar Sprungmarkierungen gesetzt, also wenn das ein oder andere euch schon bekannt ist oder ihr mal wieder was nachschauen wollt, einfach in der Videobeschreibung schauen und draufklicken, dann könnt ihr direkt zu den jeweiligen Themen springen. Von der Struktur her zunächst, um was es dann da eigentlich geht, dann klären wir zusammen ein paar Begrifflichkeiten, damit wir so dieselbe Basis haben. Dann klären wir die Frage, wird der Kabelanschluss abgeschaltet oder abgeschafft? Die Frage, was ist der Vorteil von der Abschaffung von diesem Nebenkostenprivileg? Ist Glasfaser jetzt die Zukunft? Was entstehen für Kosten? Was soll ich jetzt tun? Und am Ende haben wir vielleicht auch noch so ein bisschen Tipps und ein kleines Fazit, sodass ihr dann eigentlich wissen solltet, was es zu tun gibt. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt und zwar mit dem Thema, um was geht es denn eigentlich? Es gibt ein Gesetz, das gibt es sogar schon ein bisschen länger und dieses Gesetz sagt eben, dass nach der Übergangsfrist und die ist jetzt Mitte diesen Jahres, also 2024, darf ein Vermieter die Kosten für Fernsehen nicht mehr über die Nebenkosten an den Mieter weiterleiten. Das ist einfach so, worum es geht. Eigentlich eher administratives Thema. Was folgt daraus? Der Vermieter, der dann auf den Kosten quasi sitzen bleiben würde ab diesem Zeitpunkt, der hat oder wird sich noch kümmern und wird eben seinen Fernsehanschluss für sein Haus, für seine Wohnung kündigen, um dann eben keine Kosten mehr zu haben, auf denen er dann ab dem 1. Juli sitzen bleiben würde. Daraus folgt, jeder muss sich um seinen Fernsehanschluss in Anführungszeichen selber kümmern. Ähnlich wie bei Strom auch, hat man dann eben die Möglichkeit, das zu wählen. Nicht mehr und nicht weniger. Damit wir dann schauen und wir, sag ich mal, vom selben sprechen, habe ich ja gesagt, klären wir mal ein paar Begrifflichkeiten. Also Kabelfernsehen, was meine ich damit? Kabelfernsehen kommt hier über dieses Coax-Kabel ins Haus und endet dann meist hier in diesen Dosen. Die können zwei Löcher haben, die können auch drei Löcher haben. Das sind immer Fernsehdosen. Im weiteren nenne ich das dann klassisches Fernsehen oder Kabelfernsehen oder ähnliches. Da hat man dann hier sein Fernsehkabel und das steckt man dann da rein, schaltet sein Fernseher ein und kann dann Fernsehen gucken. Ganz klassisch, linear, ohne irgendwie Internet oder ähnliches zu brauchen. Zu diesem klassischen Fernsehen gehört eben noch DVB-T, also Antennenfernsehen über eine Zimmerantenne zum Beispiel oder eine Dachantenne. Zu diesem klassischen Fernsehen gehört aber auch Satellitenfernsehen, also sprich diese runden Schüsseln meistens oder ähnliches, die eben den Fernseher mit ganz normalen linearen Fernsehen versorgen will. Also heißen, man kann nicht entscheiden, wann geht es los, sondern man schaltet ein und in dem Moment, wo man einschaltet, kriegt man das, was man kriegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Zweite ist, es gibt, sag ich mal, Internet. Das sieht dann so aus meistens und das Internet, das kommt von früher noch hier über dieses Kupferkabel, das sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Bei manchen kommt es dann auch über so ein bisschen besseres Kupferkabel und bei vielen wird es irgendwann hier über ein Glasfaserkabel kommen, aber das ist erst mal Internet oder auch, früher hat man gesagt, Telefon, also sprich was ganz anderes wie jetzt normales Fernsehen. Verwirrenderweise ist es so, dass man eben über das Internet auch Fernsehen schauen kann, will also heißen, wenn ich übers Internet Fernsehen schaue, dann ist immer ein Router dazwischen, dann ist WLAN oder ein LAN-Kabel dazwischen, dann nennt man das auch Streaming oder On-Demand-Fernsehen oder IPTV oder oder oder, bedeutet aber immer dasselbe. Das bedeutet immer, dass man eine Art von Computer hat, das kann ein Tablet sein, das kann ein richtiger Computer sein, das kann ein Receiver sein, es kann ein kleiner Stick sein, es kann aber auch ein Smart TV sein, der App schon vorgefertigt hat und diese Computertechnik, die fragt dann jemanden im Internet und sagt, hier bitte jetzt schickt mir doch mal ARD und dann schickt der andere diesem Gerät dann ARD und dieses Gerät wandelt das dann um in ein Fernsehbild. Das ist so ein bisschen das, was passiert. Das heißt, da kommt dann auch Fernsehen raus, aber die Übertragungstechnik ist eine ganz andere und der Prozess, der dahinter dran steht, ist auch ein ganz anderer. Neben dem Streamen von normalem Fernsehen gibt es noch die Mediatheken, die auch über das Internet kommen, würden auch dann in dem Fall gestreamt werden, deswegen gehören die dazu. Es gibt Amazon Prime, es gibt Netflix, es gibt Disney Plus, es gibt Roku TV, es gibt Waipu TV, es gibt Twitch und wie sie alle heißen, das sind alles mehr oder weniger unterschiedliche Anbieter, die dann unterschiedliche Inhalte übers Internet liefern und der Vorteil da ist, man kann quasi selbst entscheiden, wann was läuft. Was meine ich damit? Es ist nicht so, man schaltet um 20.45 Uhr ein und der Film hat schon angefangen und man hat den Anfang verpasst, sondern in dem Fall würde man immer sagen, jetzt möchte ich Film X gucken und dann geht er genau dann los, wann ich ihn brauche. Deswegen ist das auch immer so eine Kommunikation, die hin und her läuft, das sprich ein Hintenkanal, ein Rückkanal, man muss sich miteinander absprechen. Das ist genauso wie, wenn ich auf dem Handy oder auf dem Computer eingebe, www.spiegel-online.de oder sonst irgendwas, dann sende ich die Anfrage und bekomme dann genau diese Internetseite zurück und genauso ist es mehr oder weniger bei dem Streaming, beim IPTV, bei diesen ganzen Apps, die ich gerade genannt habe, ich frage was an und kriege es explizit zurück. Das ist so ein bisschen IPTV. So, um es gedanklich nochmal zusammenzufassen, normales Kabelfernsehen sieht meistens so aus, Internetfernsehen sieht theoretisch dann so aus. Es sei denn, man hat schon Glasfaser, dann ist es eine andere Buchse, aber im Grunde genommen kann man das so ein bisschen auseinander halten. So, dann ist die nächste Frage, die viele dann stellen oder gesagt bekommen, oftmals auch zwischen Tür und Angel im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kabelanschluss wird ja dann abgeschaltet oder abgeschafft. Die Menschen denken dann, sie können das nicht mehr benutzen. Der Vermieter hat es gekündigt, es ist dann weg und dann braucht man was anderes. Das ist einfach falsch. Der Kabelanschluss an sich, der wird nicht abgeschafft, wie ich eingangs schon gesagt habe. Es wird abgeschafft worden, dass der Vermieter für einen entscheiden darf und kann und man das akzeptieren muss. Man kann also weiterhin Kabelfernsehen nutzen, sofern man das möchte. Und es kann auch gar nichts abgeschaltet werden, schon gar nicht über Nacht, weil diese Abschaltung, die kann man nicht zentral machen. Also da sitzt dann nicht ein Herr Vodafone in seiner Zentrale und legt einen großen Schalter um und dann wird es in der Hauptstraße 7 dunkel, sondern diese Abschaltung wäre nur möglich, wenn ein Techniker in das Haus reinkommt, um da Sachen wirklich auch abzuklemmen. Alternativ dazu sogar müsste er in die einzelnen Wohnungen kommen, je nachdem wie die Verteilung im Haus ist. Aus Vodafone Sicht würde das gar keinen Sinn machen. Wenn man abgeschaltet werden würde, könnte man ja gar keine Sachen mehr bei denen kaufen und buchen und dann werden die ja übermorgen Gleite. Also ist es falsch, dass das abgeschaltet wird, abgeschaltet wird und abgeschafft wird. Also das kann man ganz klar so sagen, stimmt nicht. Die nächste Frage ist dann, was ist der Vorteil von dieser Abschaffung von diesen umlagefähigen Kabelfernsehkosten oder dem Ende des Nebenkostenprivilegs? Nun ja, also der Vorteil, der liegt insofern auf der Hand, als dass es so ist, dass nicht jeder Mensch, für manche klingt das jetzt verrückt, aber nicht jeder Mensch nutzt Fernsehen und nicht jeder Mensch nutzt auch dasselbe Fernsehen. Was meine ich damit? Es gibt Menschen, die nutzen gar kein Fernsehen, die haben vielleicht sogar gar kein Fernseher, die lesen einfach lieber Bücher. Und die mussten bisher auf Gedeih und Verderb die Fernsehgebühren, die über die Nebenkosten reinkamen, mitbezahlen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand eine Satellitenantenne hat, eine eigene oder vielleicht gar kein deutsches Fernsehen schaut, sondern Fernsehen aus dem Ausland über die Satellitenantenne konsumiert. Und auch der musste bisher zusätzlich immer noch diese Gebühren bezahlen, auch wenn es ihn gar nicht interessiert hat. Und, und das ist jetzt so ein bisschen der modernen Anfangszeichen geschuldet, es gibt natürlich auch immer mehr, die sagen lineares Fernsehen. Fernseher einschalten, die zwei drücken und ZDF schauen, das interessiert mich gar nicht mehr. Ich streame eigentlich alles nur noch von Amazon oder von Netflix oder sonstiges. Auch die waren gezwungen, die Gebühren vom Kabelfernsehen mitzubezahlen, obwohl sie es gar nicht genutzt haben. So und dementsprechend ist es so, dass jetzt das möglich ist zu sagen, okay, ich brauche es nicht, ich bezahle es nicht, ich habe einen anderen Anbieter oder einen anderen Weg, den ich nutzen möchte und entsprechend bin ich dann flexibler, kann mir meinen eigenen Anbieter raussuchen und kann eben schauen, was für meine Bedürfnisse am besten passt. Jetzt ist die nächste Frage, die dann viele stellen. Ja, jetzt wo das wegfällt, abgeschaltet wird, ich weiß sowieso nicht recht, aber alle erzählen mir andauernd Glasfaser ist die Zukunft und das ist ja super, dann passt es doch und ich werde mir jetzt irgendwie Glasfaser holen statt Kabelfernsehen und dann kann ich ja viel besser Fernsehen gucken, weil es ja wie gesagt neuer und moderner und ist etc. etc. Auch diese Aussage ist erstmal falsch. Glasfaser, das haben wir ja zu Beginn schon festgehalten, wir haben hier das Kupferkabel, das alte, dann haben wir ein bisschen neueres Netzwerkkabel und am Ende dann Glasfaser, ist im Endeffekt die Evolution oder die Weiterentwicklung hier vom Internet. Das heißt, die hat so gesehen mit dem normalen klassischen Fernsehen überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und dementsprechend kann man auch nicht sagen, Glasfaser ist das modernere Fernsehen oder ist die Weiterentwicklung vom Kabelfernsehen. Das ist schlicht falsch, es ist einfach eine andere Art der Übertragung für Internet und aus dem Internet in Anführungszeichen kommt eben alles raus, je nachdem was man nutzen möchte. Eine der nächsten Fragen ist dann, was entstehen jetzt für mich für Kosten, was muss ich anders machen, was ist mit meinen Gewohnheiten und so weiter. Im Grunde genommen ist es so, dass man leider sagen muss, dass jetzt viele Anbieter mit vermeintlichen Schnäppchen locken. Viele Anbieter sind auch an der Grenze zur Unseriosität und erzählen dann wirklich den Menschen Dinge, die schlicht falsch sind. Nochmal, da nichts abgeschaltet wird, muss ich auch nichts verändern. Wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, wenn ich sage, das ist für mich ausreichend, das ist fein, ich will auch gar nicht irgendwie groß streamen, ich habe auch nicht das Bedürfnis mein Internetvolumen zu erhöhen und das einfach alles aus Prinzip zu verändern, dann spricht nichts dagegen bei dem Kabelfernsehen so wie es ist zu bleiben. Ich müsste halt nur für mich einen neuen Vertrag abschließen. Und das ist eben jetzt die Kostenfrage. Man kann vereinfacht sagen, so ganz grob, es wird vermutlich bei allen Anbietern über die Zeit ähnlich teuer sein. Es ist nicht so, dass der eine Anbieter sagt, ich kann normales Fernsehen als Zusatzleistung oder Solo oder wie auch immer für 0 Euro und der andere sagt, es kostet 500 Euro, sondern im Grunde genommen wird sich das alles einpendeln und ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo zwischen 5 und 15 Euro liegen könnte, gegebenenfalls teilweise pro Gerät, je nachdem. Auf jeden Fall ist es so, dass man einfach nur sich bewusst sein muss, es kann dann Änderungen geben, wenn man den Anbieter wechselt, weil im klassischen Kabelfernsehbereich ist nur Vodafone, zumindest hier in Hessen, möglich. Bei vielen anderen Kabelnetzen ist es auch immer ein Monopol. Man kann also jetzt nicht sagen, ich gehe zu 1&1 oder zur Telekom oder zu wem auch immer und habe dasselbe Produkt. Es kommt vielleicht irgendwie irgendwo dann Fernsehen da raus, aber der Empfang, ganz klassisch, nochmal hier über diese beiden Dosen, das hat exklusiv und monopolmäßig, wenn man so will, Vodafone oder ein anderer Anbieter und das kann man dann nur über die laufen lassen. So, die Frage ist also, wer muss jetzt aktiv werden, wann muss ich aktiv werden oder muss ich überhaupt aktiv werden? Im Grunde genommen ist es so, dass die Anbieter vom Kabelfernsehen erstmal das Problem haben, dass sie die Mieter an sich nicht kennen. Der Vertrag, der lief bisher möglicherweise über den Vermieter, über eine Gesellschaft. Die wussten also nur, in der Liegenschaft X gibt es Y Menschen und da gibt es einen Vertrag und fertig. Das heißt, Vodafone oder ein anderer Kabelanbieter, der kann gar nicht den Herr Müller oder den Herr Schmidt jetzt anschreiben und sagen, Herr Müller, wir brauchen jetzt mal einen neuen Vertrag, wir machen da auch super Konditionen, weil die den Herr Müller gar nicht kennen und auch die Frau Schmidt nicht. So, dementsprechend ist es ratsam, selber aktiv zu werden, wenn man sich überlegt hat, was man möchte und dann zu dem jeweiligen Anbieter hinzugehen und einen Vertrag abzuschließen über diese Produkte, die man selbst möchte. Ich würde nicht empfehlen, an der Tür irgendwas zu machen und ich würde auch nicht empfehlen, das Ganze Hals über Kopf irgendwie abzuschließen, einfach aus Angst, es könnte übermorgen dunkel werden oder sonst irgendwas, sondern man sollte das wirklich ganz, ganz in Ruhe machen und zu dem Geschäft seines Vertrauens gehen oder zu dem Anbieter seines Vertrauens gehen und selber die Initiative nehmen und sagen, dieses oder jenes möchte ich, könnt ihr mir das bieten. So, was sind denn also für Tipps und was ist für ein Fazit? Also, was ich ja schon gerade gesagt habe, man sollte sich jetzt nicht verunsichern lassen und man sollte eben in Ruhe überlegen, was braucht man. So, man sollte auch sagen, vielleicht, was finde ich an meinem bisherigen Fernsehen gut, was finde ich nicht so gut, stört mich etwas, stört mich der Anbieter, möchte ich irgendwas verändern oder vielleicht auch, was möchte ich auf gar keinen Fall verändern. Ich mache mal das Beispiel, man hat jetzt irgendwie einen DVD-Rekorder und drei, vier Fernseher in der Wohnung und hat seine Programme da alle irgendwie sortiert und ist seines Lebens froh und ist alles wunderbar und man sagt, naja, das läuft doch alles ganz prima. Wenn alles prima ist, warum was ändern? Dann ist ja einfach nur die Abrechnung eine andere. Ich zahle es nicht über die Nebenkosten an meinen Vermieter, sondern ich zahle es direkt mit einem Vertrag, den ich habe, an den Anbieter vom Kabelfernsehen. Ich würde in dem Fall also zur Vodafone gehen oder zu dem Anbieter, den man vor Ort eben hat und sagen, hör mal zu, ich brauche einen Vertrag, einfach nur übers Fernsehen, was kannst du mir anbieten, die haben auch Sonderangebote und fertig ist es. Anderer Fall, man ist eigentlich am Stream, man schaut gefühlt nur noch Netflix und wenn man das letzte Mal ARD, ZDF oder sowas eingeschaltet hat, weiß man eigentlich schon gar nicht mehr. Dann ist natürlich die Frage, brauche ich da Kabelfernsehen für? Nein, natürlich nicht. Dann könnte es dann Sinn machen zu sagen, wunderbar, es ist ja sowieso schon gekündigt. Ich mache also gar nichts und schaue dann über meinen Internetanbieter, wie auch immer das geregelt ist, einfach mein Netflix oder sonstige Internetsachen und bin happy. Das heißt, ich muss noch nicht mehr aktiv werden, weil es betrifft mich sowieso nicht. Was ist also die Quintasens auch von diesen Beispielen? Jeder Fall ist unterschiedlich. Und deswegen nicht eine Pauschalantwort von irgendjemandem geben lassen, schon gar nicht an der Tür. Und es ist auch gar nicht so, dass Kabelfernsehen übermorgen wegfällt, auch nicht nach dieser Umstellung von der Abrechnung. Es wird auch nicht in drei Jahren abgeschaltet, sondern Stand heute Anfang 2024 wird es Kabelfernsehen definitiv noch eine Weile geben. Und wenn man einfach nur normal klassisches Fernsehen schauen will, spricht für mich nichts dagegen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass da immer wieder ganz viele ganz wahnsinnige andere Dinge irgendwie erzählen. Niemand wird über Nacht irgendwas abschalten und Sie sind auch überhaupt nicht dazu gezwungen, irgendwas abzuschließen oder irgendwas zu kaufen. Schon gar kein Glasfaser oder sonstiges, wenn Sie überhaupt gar keine Lust darauf haben. Da muss ich immer überlegen, was kaufe ich und was bekomme ich durch diesen Kauf und was verändert sich. Es verändern sich unter Umständen die Geräte, die ich anschließen darf und kann und muss. Es verändert sich unter Umständen der Bedienkomfort. Es ist unter Umständen so, dass ich eine ganz andere, ja wie soll ich sagen, Durchschaubarkeit habe beim klassischen Fernsehen über Kabelanschluss. Da weiß niemand, was gucke ich gerade. Wenn ich einen Internet-Stream aufrufe, weiß immer der Anbieter auf der anderen Seite, ach gucke mal, der Herr Müller, der guckt ganz gerne Rosamunde Pecher. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es hat eben alles einen Effekt und den sollte man nicht ganz unberücksichtigt lassen. Wenn noch Fragen sind, gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Wir werden die so weit möglich alle beantworten. Ansonsten fragt Euren Fachhändler vor Ort oder Euren Ansprechpartner des Vertrauens. Nicht irgendwelche Fremden irgendwas für einen entscheiden lassen und auch immer schauen, was brauche ich selbst und nicht irgendeine dritte Person. In diesem Sinne viel Spaß beim Fernsehschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.